Musik Grüezi miteinander und herzlich willkommen zurück zu Grand Prix 4 Große Brüß von Kanadats Montreal steht an 35 Runden erwarten wir Und ja, ein Qualifying Habe mich mal wieder richtig ärgern müssen Über das Wetter, das da kam Das war sehr beißlerunfreundlich Und so müssen wir drüber reden Platz 21, wie wir gleich sehen werden Der Maldonado, der war noch schlechter Wenigstens nicht ganz letzter Aber eine Enttäuschung Für eine Strecke, die mir eigentlich liegen sollte Schauen wir mal, was uns das Rennen bringt Ich habe mal die Flügeleinstellung auf Highspeed gesetzt Und hoffe, damit reiße ich was Ja, dann denke ich mal Geh mal in die Startaufstellung rein Da führt Jenson Button mit seiner Pole Position Vor Sergio Perez Also McLaren auch in der Konstrukteurs-WM Ergster Verfolger von Ferrari und Red Bull Und auch Button und Perez in der Fahrer-WM Verfolgen Alonso und Vettel Also da ist noch einiges drin Valtteri Bottas auf der 3 Philippe Massa auf der 4 Dann Schülbianchi Nochmal alles Gute an Schülbianchi Dass er sich von seinem Unfall schnell wieder erholt Vor Daniel Ricciardo Paul Di Resta und Guido van der Garde Max Chilton Lewis Hamilton Jean-Eric Verne Der hat auch eine geile Kollision gehabt Mit dem Charles Pick im Qualifying Dann Nico Rosberg Esteban Gutierrez Mark Webber Fernando Alonso Der WM-Leader nur auf 15 Also der Regen hat einiges durchgemischt Adrian Sutil Aber vor Sebastian Vettel Dann Charles Pick Kimi Reykön Roman Grosjean Der erste Verfolger in der WM auf Platz 3 Nico Hülkenberg Und Pastor Maldonado Das Wetter sagt Yes Baby Trocken Wir haben ja aus Fahrzeugeinstellungen Ich gehe mal da drauf Ob die noch sind Die Fahrzeugeinstellungen Ob die Fahrzeugeinstellungen noch so sind Wie wir sie eingestellt haben Nein sind sie nicht mehr Flügel auf 1 Machen wir doch gleich vor dem Rennen Und die Bremsbalance Machen wir so auf Machen wir so auf 40,60 So Sollte passen Boxenstopp-Strategie Machen wir eine Zwei-Stopp-Strategie Gehen wir einmal in Runde 12 Und einmal in Runde Und einmal in Runde 26 rein Ja so sollte das passen Gut weiche Slicks Und dann würde ich mal sagen Auf ins Rennen Bei mir fängt es jetzt auch gerade wieder an zu regnen Kann man denke ich auch vielleicht hören Vielleicht auch nicht Ja sind wir mal gespannt Was uns das Rennen bringt Und da sind wir schon drin Große Brüß von Kanada Das Montreal 35 Runden Ich werde eine Zwei-Stopp-Strategie machen Und habe das Setup auf Highspeed Jetzt eingestellt Nach dem Qualifying Haben wir ja auch gerade eben gesehen So los geht's Das Rennen ist gestartet Jetzt erstmal durch Ja da kann man schon durchziehen Da ist der Vettel vor mir Kann man die da alle ineinander reinschieben Oh da kann man eine richtige Kollision auslösen Da am Esteban Gutierrez Der Alonso profitiert da von meinem Gerempel Dass ich da den Vettel ein bisschen angeschoben habe Den nächstjährigen Ferrari-Pilot Sein Nachfolger jetzt Oh da muss man aufpassen Wir sind momentan Platz 13 Aber guter Start vom 21 Hände ja unser Setup auf Highspeed getrimmt Das heißt wir werden dann spätestens nach der Haarnadel Antenne vorbeiziehen können Können wir uns der Alonso jetzt Hallo du Arschloch Mann Wieder der Alonso Wie in Barcelona Der Alonso der hat was gegen mich So jetzt habe ich der Esteban Gutierrez in Schwierigkeiten gebracht Weil ich da den Hamilton reingeschoben habe Das war der Rosberg Aber den kriege ich jetzt Wieder Platz 13 Alles noch möglich So Jetzt erstmal vorsichtig einlenken Und jetzt kommt mein Highspeed-Teil Da sollte ich von den Flügeleinstellungen jetzt den Alonso knacke Nein Was mache ich Schaffe ich es noch in die Box Was mache ich Da wollte ich es dem Alonso heimzahlen für seine Aktion gerade Und wen bestraft es natürlich mich und wie Oh das war es Das muss ich noch einmal aus der Vordercam angucken Da will ich den Alonso in die Wand drücken als Rache für seine Aktion gerade eben Und wer ist der Dumme natürlich Wieder ich Kann es aber noch in die Box schaffen Da muss der Gutierrez auch in die Box Den ramme ich jetzt Nein Da muss der Gutierrez auch noch in die Box Das gibt es doch nicht Beide Und jetzt muss ich mich noch hinter dem Double anstellen Ach Fuck Jetzt muss ich mich hinter der Gutierrez anstellen Super Ja was macht denn die Die gehen da weg Das gibt es doch nicht Hallo was soll denn das Was ist denn das hier für eine Scheiße Ja das darf doch nicht wahr sein Was seid denn hier für Schlafkappen Das gibt es doch nicht Oh man echt Oh man echt Oh man so eine Scheiße hier Oh man Was sind ja das für Schlafkappen gewesen Jetzt bin ich überrundet wahrscheinlich Maldonado muss an die Box Ja jetzt werde ich überrundet Ganz toll Super Ich habe versucht den blöden Gutierrez noch zur Seite zu schieben Ich hätte gerade Lust das Rennen nochmal neu zu starten Aber ich bin nicht so unfair Tja und wieder mal ein Rennen Das wir in die Tonne werfen können Liebe Zuschauer Ich habe jetzt nur noch eine Chance durchzufahren Ja wieder mal ein Rennwochenende Das wir in die Tonne werfen können Jetzt ist der Flügel abgefallen Ich glaube es doch nicht so langsam Jetzt reicht es mir echt Das muss ich mir jetzt nochmal angucken Leicht die Wand berührt Das kann doch jetzt nicht Also nicht ernsthaft Oder jetzt Ist jetzt nicht dein Ernst Oder Bieg da ein Leicht berührt Da fliegt der Flügel weg Was ist denn das für eine Scheiße Mensch Ach ne Ich habe echt die Schnauze voll schon wieder Ja und da habe ich das Auto verrotzt Liebe Zuschauer Oder schauen wir uns doch mal an Wie unspektakulär ich das Auto verloren habe Ich wollte es eigentlich ganz in die Wand pfeffern Ja sieht man nicht wirklich gut Ich glaube an der Stelle werde ich euch wohl kein Commentary bieten Weil ich mich zu sehr aufrege darüber Ich ärgere mich über das Rennen Ich glaube ich werde das Commentary sein lassen heute Hab da drauf Kein Bock Wieder 35 Runden zuzuschauen Dann werde ich das Qualifying Das Rennen in ein Part zusammenschneiden Versuchen wir den Motor hoch zu jagen Wenigstens Da können wir wieder wie ein Monaco mit dem Motorschaden ausfallen Ja Tja das war es liebe Zuschauer Dritte Runde Haha wie geil Da ist einer draufgeknallt Ja jetzt gibt es Kollision Jetzt gibt es Kollision Und das müssen wir uns denke ich nochmal anschauen Da ist doch einer draufgebreddert War das der Valtteri Bottas Ja der Bottas knallt da drauf Verliert den Flügel Dann der Bianchi knallt drauf Da schlüpfte die Rester durch Oi 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 Da bleiben einige hänge Nochmal aus der Sicht von Valtteri Bottas Massa kann gerade ausweichen Und beim Versuch mich abzuschleppen Fährt der Bottas drauf Der Ricciardo den Bottas Der Bianchi bleibt dann hänge Der die Rester knallt drauf Oh da sind einige jetzt Positionen gewonnen Und da ist noch kein Ende in Sicht liebe Zuschauer Stau wie auf der A5 Der Bianchi der hat leider auch Das ist auch der Loser hier des Rennens Oi 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 Und Webber auch an der Box gewesen Vettel getroffen worden Jetzt werde ich abgeschleppt Nachdem ich noch eine Kollision auslöse Wenigstens noch eine geile Kollision gehabt Tja liebe Zuschauer Vier Runden und das Kanada Rennen Ich denke ich werde auch Das Commentary Diesmal Zeitraffern Weil es mich doch ein bisschen ärgert Das Ganze Denke ich werde ich euch Das Rennen nicht präsentieren Ich bin mal am Überlege Weil ich habe jetzt keine Lust Schon wieder 35 Runden zuzuschauen Und Bin jetzt ein bisschen gefrustet liebe Zuschauer Ich könnte mich wirklich in Arsch beißen Das Qualifying war schon scheiße Und hier ist es auch wieder nicht gelaufen Und ich befürchte Das wird so eine ähnliche Saison geben Wie in Grand Prix 2 Dass ich da wieder Diesmal aber mit 8 Punkten mehr Dass ich da wieder nicht hinkomme Ich schaffe es einfach nicht Im Moment ist Vielleicht sollte ich eine Grand Prix 4 Pause einlegen Würde ich mal behaupten Ich glaube das wird es wirklich sein Dass wir nach dem Kanada Rennen Erstmal eine Pause einlegen müssen Dabei wollte ich wirklich Gutes Rennen fahren Aber 4 Runden Und das noch zu Ende zu kommentieren Ich weiß es nicht Dafür fehlt mir eigentlich der Nerv Und deswegen entscheide ich mich jetzt Für eine Zeitraffer liebe Zuschauer Ich mache es auch wie der Kenny Weil ich einfach jetzt gerade nicht in der Stimmung bin Das zu Ende zu kommentieren Entschuldige dafür An der Stelle Aber das ärgert mich jetzt einfach zu arg Schauen wir uns den Zeitraffer an Schaut nach einem Doppelsieg für McLaren aus Ja und dabei ist es auch geblieben Sergio Perez gewinnt Vor Jenson Button Dann Felipe Massa Lewis Hamilton Alonso auf der 5 Knabbert auch an Vettels Vorsprung ab 6. Ray Köhnen 7. Ricciardo 8. Webber 9. Suti 10. Die Rester Dann Wern Bottas Vettel Gutierrez Van der Garde Chilton Pick Chilton Bianchi Pick Und Maldonado Ausgefallen sind Rosberg mit Radverlust Grosjean mit Unfall Und wir auch mit Unfall Ja Das war noch die Fahrerbeste Runde Da waren wir bei Weiden Da waren wir bei Weiden Ja nicht mal übers Ziel gekommen Die hat der Alonso gehabt Knapp von Ray Köhnen und Vettel Wir haben natürlich keine Weil wir es nicht übers Ziel geschafft haben Tja da gehen wir mal weiter Fernando Alonso führt jetzt mit 87 Punkten Ein Punkt vor Sebastian Vettel mit 86 Paris mit 72 Aus India Sauber Marussia Und Caterham Ja Was bleibt zu sagen Der nächste Grand Prix Ist Der von Nürburgring Während es jetzt wieder regnet Ich sicher das jetzt mal Der Nürburgring Grand Prix Ja es tut mir jetzt an der Stelle leid Dass ich jetzt zum ersten Mal In einem Let's Play Ein Zeitraffer eingesetzt habe Das ist eigentlich gar nicht mein Stil Aber ich habe mich so geärgert Erstens über das Qualifying Und dann über den Ausfall Erst schiebt mich der Alonso wieder an An die Seite Schiebt mich an die Wand Dann will ich es ihm heimzahle Reiß mir die Flügel ab Komme aus der Box Beim Aufholen Tuschiere ich leicht eine Wand Fliegt wieder der Flügel weg Also das hat mich so angekotzt Und angepisst das Ganze Ich denke ich werde das auch zusammenschneiden Das heißt ihr werdet dann an diesem An einem Donnerstag kein Qualifying sehen Und ich werde das Qualifying Dann am Sonntag An das Rennen dranhängen Also ich werde das wohl zusammenschneiden Weil der Part jetzt so kurz ist Dann werdet ihr das Canada Qualifying und Rennen Dann am Sonntag gemeinsam sehen Und am Donnerstag nichts Ja Muss man mal schauen Oder ich zeige das Rennen am Sonntag Als 5 Minuten Part Kann man ja auch mal machen Jetzt können wir es ja auch ein bisschen künstlich In die Länge ziehen Dann zeige ich das Als 10 Minuten Part Das Rennen am Sonntag Ja es tut mir leid Dass ich euch jetzt da so ein Kurzding präsentiert habe Ich wollte eigentlich noch ein zweites Rennen aufnehmen heute Aber das lasse ich jetzt gleich wieder Dafür ist meine Laune gleich schon wieder auf dem Tiefpunkt Tja dann probiere ich es mit einem anderen Spiel jetzt dann Ich verabschiede mich Vielen Dank dass ihr dabei wart Bei diesem etwas kurzen Canada Rennen Wird wahrscheinlich nur ein 10 Minuten Part Werder am Sonntag Tut mir leid für diese Emotionen Und tut mir leid Dass ich den Zeitraffer eingesetzt habe Mach ich normal nie Aber ich bin nicht in der Stimmung gewesen Um das als Commentary Ordentlich zu Ende zu führen Und wenn ich was nicht ordentlich zu Ende führe kann Dann lasse ich es Ihr kennt mich ja Entweder 100% Oder gar nicht Und das war nicht 100% fürs Commentary Tja So ist es halt Und dann sage ich mal Bis zum nächsten Mal Der große Preis von Europa am Nürburgring steht an Und Nürburgring war in jedem Rennspiel immer eine gute Strecke Vielleicht kann das der Wendepunkt werden Aber man soll ja nicht zu viel reinlegen Wir haben ja die letzten Rennen gesehen Was dabei rausgekommen ist Und dann sage ich mal Bis zum nächsten Mal Auf Wiederlurke Keep Racing Am Mikrofon war der Bundesbeistler Nochmal ein Sorry für dieses Rennen Und dann sehen wir uns am Nürburgring wieder Und dann sage ich Keep Racing Und auf Wiederlurke Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Its Sehr… - - …- … Vielen Dank.